So, hol deine Gitarre, wir braten, das Feuer geht aus. Ja, eben. Was soll ich denn bloß? Ja, nein. Hier, mach mal. Inhalten. Blusen? Ich seh überhaupt nichts. Du musst mich da oben drücken, oder? Nein, nein. Der rekordet doch schon. Ja. Ja. Oh, die wollte ich nicht mehr. So. Voller Wagen. Ist das schon wieder so weit, Dirk? Also ohne Fallen geht das bei dir auch nicht, ne? Mann, Mann, Mann. Der hat ein Stück abgerissen vom Schuppen. Dann müssen die alle mit dem Weg stehen hier. Das ist alles Englisch. Ich glaube, ich kann das so mit singen. Das ist das noch sehr unbüttelnd. Das ist ja die Kohlmüchigang. Was bin denn du, aber? Danke. Das ist gut. Was? Wir brauchen auch einen Sänger. Sorry. Tomas. Ich wollte erster Amt. Ich wollte erster Amt. Ohne Augen. Wo sind die Kohlmüchigang? Ich wollte erster Amt. Oh, no. Das kann man ja wohl so, ne? Nee. Doch. Ich kann bloß nicht singen, aber den Text kann ich jetzt das irgendwie. Cool. Fuck is Alice, kenn ich. Cool. Fuck is Alice, ja. Mach doch vor. So. So. Du brauchst die Nummer rein? Jawohl. Ja, das geht schon. Ich blätter es da. Ich bin. Nein. 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 Ich kann nicht ablösen. Aber du hast schon gesagt, ne? Okay. Wie geht das eigentlich? Ach. Du fällst ja sowieso bloß wieder hin. Du, früher hast du immer ganz viele Texte so zwischendurch gebracht. Ja, mir fällt jetzt nix mehr ein so. Seitdem YouTube da ist, hab ich gar nicht mehr her. das ist so. Ja. 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 Da, die hat die kaputt krankommen lassen. Ja. fox cow. Alice, who the f*** is Alice? Alice, who the f*** is Alice? Alice, who the f*** is Alice? Who the f*** is Alice? Alice, who the f*** is? icer. Das ist besser. Doro dreht sich gerade ein. Ist die Minute rum? Ja, ist mal rum. Johnny Wackler, mach doch mal. Ja, Dirk. Ja, Dirk. Welches denn jetzt? Hier. Schön. Es ist jetzt Zeit. Time to go. Ja, Dirk. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020